Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall und Walli vom Stein und wir sind in der Werkstatt hier. Und ein Eistroll und ein Winterwolf warten auf uns. Ich will diesmal jetzt nicht so viele Zauber verschwenden, wir haben jetzt extrem viele Zauber eben verwendet, um mit den Geistern klar zu kommen. Wir werden nochmal ein bisschen nach vorne schleichen. Ach du Schreck! Was ist denn das bitte? Ich fasse es nicht. Okay, soweit zum Thema. Ich werde mal nicht so viele Zauber verwenden, weil ich glaube hier kommen wir ohne Zauber nicht wirklich weit. Okay, wir werden erstmal ein Perlholzhuhn essen und ich glaube Durance ist auch mal was Schönes. So, sie kann ja nichts essen. Aber sie könnte sich mal irgendwie nach vorne schleichen und versuchen so eine blöde Falle zu legen. Ich weiß nicht, ob das mal was Gutes ist. Hat sie noch andere? Jetzt wäre ja irgendwie... Ja, Falle... Genau, das wäre mal was Gutes. Hier, Heiliges Feuer. Jetzt muss ich das bloß mal deselektieren. Probieren wir das mal. Falle der Säule des Heiligen Feuers. Achso, sie hat auch eine Feuerballfalle. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Probieren wir aber das mal aus. Hm. So, hoffen wir mal, dass ihre Schleichfähigkeit gut ist, dass sie das dort... Ah, sie wird gleich gesehen, sie wird gleich gesehen. Legen wir das Ding mal hier hin. So, Eda und Durance gehen schon mal nach vorne. Ito mag auch. Und Walli müsste sich eigentlich auch schon mal darauf vorbereiten. Ja, was brauchen wir? Eigentlich wäre wieder so eine Flammenwand. Ganz gut. Wobei die uns auch selbst immer ein bisschen behindert. So, jetzt leg das Ding. Jawohl. Okay. Und jetzt lauf bitte zurück. Eda muss nach vorne. Und du läufst jetzt dorthin. Gott. Was ist das für ein Wahnsinn. Was ist das für ein Wahnsinn. Wir haben nicht mehr viele Feuerbälle. Das ist das Problem. Aber wir hauen auf jeden Fall jetzt ein hier rein. Vielleicht nicht ganz so weit nach hinten. Gott, muss ich gleich schon wieder ausruhen. Das wäre fatal. So. Durance. Was machen wir mit dir? Meine Rüstung des Glaubens. Sakani schießt erst mal einfach so drauf los. Ja. Gut. Ja, komm. Löst die Falle aus. Vielleicht läufst du ein bisschen weg, Eda. Sonst könnte es schwierig werden. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Das hat ja mal geklappt. Okay. So. Können wir jetzt da reinlaufen? Versuchen wir den mal niederzustrecken direkt. Und genauso auch der kleine Itumak. So. Und die Teuflin. Geht sie jetzt auf Fern- oder Nahkampf? Versuchen wir es mal. Ne, mit Nahkampf. Versuchen wir das mal. Und dann gleich einmal. Ne, das machen wir noch nicht. Machen wir einmal einen blendenden Schlag gleich. So. Das war die Teuflin. Der gute Walli. Setzt jetzt mal einen arkanen Angriff einfach hier rein. Okay. Und jetzt holen wir mal noch ein paar... ...ein paar Freunde ran. Gut. Dann lassen wir das laufen. Was macht Eda? Eda geht am besten mal hier nach vorne. Was machst denn du da? So. Und die Lintwürmer greifen wir jetzt hier lustig an. Das ist auch okay. Der Eistroll. So. Das ist gut. So. Jetzt bitte die energische Verteidigung an. Das ist okay. Das könnte so funktionieren. Puh. So. Jetzt machen wir mal einen verwundenen Schuss. Ist schon irgendeiner angeschlagen? Ne, sieht ganz gut aus. Moment. Zauber. Leider noch keine Wunde. Okay. Dann kann es glaube ich weitergehen. Außer dass Walli nichts zu tun hat. Ich werde mal zur Sicherheit erstmal... ...ein Geister schön zaubern. ...ein Geister schön zaubern. So. Der ist immerhin schon verletzt. So. Was machen wir jetzt mit Walli? Hm. Machen wir mal verbrennende Wunden. Vielleicht auf den riesigen Eistroll. Oh ja. Das scheint ja hier sowas wie der Hauptgegner zu sein. Das ist gut. Einer ist schon gestorben. Prima. Dann setzen wir da hinterher. Dann machen wir jetzt eine markierte Beute auf den. Und weiter geht's im Text. Du hast noch keine Wunde. So. Außergewöhnliche Verteidigung. Der Zauber scheint daneben gegangen zu sein. Das ist schlecht. Machen wir einen Arkadenangriff hinterher. So. Wie sieht's hier aus? Leicht verletzt, schwer verletzt. Immerhin. Der Riesige erst leicht verletzt. Kann jeder hier vielleicht irgendeinen super Schnickschnack. Versuchen wir es mal mit dem Schniede... Ne, das bringt glaube ich nichts mehr. Ach scheiß drauf. Versuchen das. So. Oh, hat das geklappt mit dem Niederstrecken. Lymphurm hat schwache Ausdauer. Das ist aber kein Problem. Ne, hat doch nicht geklappt. So, die Lymphäume halten da schön was weg. Das ist gut. Tanzende Blitze. Schockschaden. Ich weiß nicht. Eistrolle. Schockschaden. Hm. Glaub nicht. Bringt nichts. Greift weiter nochmal an. Walli hat derzeit nichts zu tun. Er könnte aber jetzt mal hier... Schriftrolle des Hirschgeweiß. Stichschaden. Ich glaube, Stichschaden ist auch nicht so das wahre. Aber wir setzen es trotzdem mal ein gegen den riesigen. Versuchen wir es. Ne. Ja. Das war glaube ich nicht schlecht, oder? Walli. 43 Stichschaden. Das war gut. Gut. Prima. Der ist bewusstlos. Dann glaube ich... Hm. Gehen wir mal weiter gegen den... Bewusst... Ach ne, der ist tot, oder was? Fällt da um? Lebt der noch? Was ist denn das? Den Tode nahe. Aber wir können ihn nicht angreifen. Hm. Dann greifen wir den hinten an. Und die Teufelin macht das jetzt zu Ende. Jetzt nehmen wir mal weiter unseren... Haben wir hier einen Zersetzungsschaden? Die sind glaube ich... Wucht. Naja. Versuchen wir es mal mit Wucht. Oh Gott. Der ist erst leicht verletzt. Ich glaube da muss... Ähm... Da wird Durance jetzt mal was tun müssen. Wir lassen ihn vielleicht nochmal zu Ende zaubern. Was macht ihr hier? Gebet gegen Hemmung. Ist das sinnvoll? Naja. Der weiß hoffentlich was er tut. Aber er hat hier doch auch diese Flammensäule. Äh... Äh... Säule des Glaubens. Ist das... Ne. Das ist Wuchtschaden. Er hat doch auch ein Flammending. Er hat irgendwie... Hier. Säule des Heiligen Feuers. Genau. Das ist doch was gegen den Riesigen jetzt. Das scheint mir gut zu sein. So. Hiebt der tausend Schleier... Ne. Das ist Quatsch. Mach mal Minolette einfach gegen den. Lindwurm ist gleich besiegt. Das ist also schlecht. So. Jetzt ist der endlich hin. Sehr gut. Jetzt kann die Teuflin gegen den gehen. Versuch doch noch einmal zu blenden. Das ist ganz gut. Und Eder... Eder kann jetzt derzeit, glaube ich, nichts Sinnvolles machen. Okay. Gut. Der Lindvurm geht doch mal bitte gegen den Großen. Und gleich... Gleich kommen wir mit der... Oh, das war viel Schaden. Das war viel Schaden. Sehr schön. Sehr gut. So. Können wir hier ein bisschen... Genauigkeit und Schaden machen wir das mal hier rein. Für die beiden. Jawohl. So. Die Teuflin, die kann jetzt mal Konzelhaut machen. Gegen den Troll. Durance hat jetzt zum ersten Mal eine Wunde. Na, großartig. Dann versuch doch mal dein Glück. Oh ja. Dem Tode nah. Hier kommen wir gut voran. Das macht Konzelhaut. So. Der ist gleich hin. Der ist schon bewusst los. Dann bleibt nur noch der riesige Eistroll. Mal gucken. So. Tatsächlich. Wir haben ihn... Die beiden haben ihn da oben besiegt. Ich will jetzt nicht... Oh Gott. Wir haben kaum noch Zauber. Hm. Eigentlich kann ich mit Walli nichts mehr Sinnvolles machen. Ich will... Ich stelle ihn in die Ecke. Ich will jetzt nicht noch weitere seiner... Seine Wert... Hä? Der ist noch gar nicht tot? Ja, jetzt ist er tot. Okay. Na gut. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier schon mal stärker fokussieren. Jeder hält sehr, sehr gut durch. Das ist erfreulich. Ja, und er macht... Gut Schaden. Prima. Dem Tode nah. Durance gefällt mir gut. So, jetzt kommt. Schlachtet ihn ab. Jawohl. Prima. Nur noch ein normaler Eistroll. Der natürlich auch... Durchaus Schaden machen kann, aber... Puh. Wir haben es geschafft. Die stehen immer wieder auf. Und jetzt wendet er sich nochmal Walli zu? Ich fasse es nicht. Können wir noch was tun? Dass Walli keinen Schlag mehr abkriegt? Ja, Gott sei Dank. Okay. Das ging... Ganz glimpflich aus. Ja, wenn wir es nicht mit Gegenden haben, die irgendwie zaumern können, dann kommen wir eigentlich sehr, sehr gut klar. Aber so Geister ist so das Übelste. Aber ist ja auch nicht ganz unrealistisch wahrscheinlich. Wenn man in diesem Zusammenhang von Realismus sprechen kann. So, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben einmal... Eiskalte Zugluft pfeift durch die eingestürzte Mauer. Offenbar ist etwas von außen hindurch gebrochen. Hm. Kam hier etwas rein. Ja, wir haben was entdeckt. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Diese Schriftrollen katalogisieren die Mengen an Erz und Mineralien, die aus den Minen entnommen wurden. Und was hast du entdeckt, Walli? Eine neue, außergewöhnliche Pistole und noch ein Siegel. Ähm. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Siegel, oder? Jetzt gucken wir doch mal direkt hier in die Quest-Gegenstände. Tatsächlich. Wir haben Siegel des Helms und Siegel des Schwertes. Hm. Wie immer in solchen Sachen wird es vermutlich drei Dinge geben, die wir brauchen. Könnte ich mir vorstellen. So. Aber wir wollen hier nochmal reinschauen in diese vereisten Truhen. Und wir sehen hier einen schönen Helm. Einen gehärteten Helm. Plus drei Macht für 20 pro Tötung. Ist ja interessant. Und der ist ja gut. Verteilung gegen Humpeln. Bewegungsunfähig gelähmt. Das wäre doch gleich was für Saur. Den mussten wir doch den Helm wegnehmen. Und wir finden wieder Rastvorräte. Das ist ja auch toll. Und Durgan Eisenbaren. Okay, das hat sich hier gelohnt. Auf jeden Fall. Und was ist das? Noch eine Scheibe. Diese dicke Scheibe aus dunklem Stein ist mit verschiedenen seltsamen Symbolen verziert. Von der Mitte zum äußeren Hand verläuft eine kleine Steinerhebung, die nach außen zeigt. Hm. Wir kriegen hier einige Questgegenstände, wo ich überhaupt noch nicht ahne, was es sein kann. Zum Beispiel diese Durgan Eisenbaren, von denen wir jetzt schon zwei haben. Sehr mysteriös. Hier haben wir noch nicht geguckt. Diese Karte zeigt die Minen, verschiedene Tunnel und Engpässe sind mit Pfeilen und Kreuzen versehen. Es scheint sich um einen eilig sonnen Schlachtplan zu handeln. Gut. Aber was wir nicht vergessen wollen, ist Zahuas Helm. Ich schaue mir mal das an, wie das jetzt aussieht. Oh ja, hier ist einiges allerdings unterdrückt. Leider. Hm. Aber einiges auch nicht. Na, ist sicher das Beste, was jetzt zur Verfügung steht. Insofern werden wir das auch so lassen. Okay, ich habe auf jeden Fall die Lore nicht vergessen. Wir werden aber hier trotzdem erstmal nochmal weitergehen und gucken, was hier noch auf uns wartet. Oh, 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 was passiert denn jetzt bitte? Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Gespenster. Okay. Gut. Bereiten wir uns nochmal vor. Bittergeist, Batteriesirene, Gespenst, Reifen der Schatten. Also alles, was gibt. Was gibt, was ist das für ein Deutsch? Ich gucke nochmal kurz. Batteriesirene. Da wissen wir noch nicht, sehr viel Zersetzung und Bittergeist. Da ist nix. Ganz schlechte Schadensreduktion. Okay, wie machen wir das jetzt? Hier ist auch noch so eine blöde Engstelle. Normalerweise ist so eine Engstelle ganz gut, aber in diesem Fall, bei den Geistern, bin ich mir nicht so sicher, ob das so sehr hilfreich ist. Ähm, vielleicht können wir diese, ach Gott, sie sehen uns schon. So weit können die gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Aber sie greifen uns nicht an, oder was ist das? Ich bin am überlegen, ob wir hier noch eine schöne Falle haben. Ähm, versteinert irgendeine schöne Falle, die vielleicht Zersetzungs- oder Brandschaden macht. Ja gut, vielleicht die Feuerballfalle, die wäre auf jeden Fall gut. Ähm, vielleicht versuchen wir das mal. Legen wir das Ding mal hier so in den Weg. Mal gucken, ob sie gesehen wird. Ah, sie wird gleich gesehen. Jawohl. Okay, das hat zumindest noch geklappt. Und wir haben jetzt keine Zauberbein mehr. Wir können jetzt keinen Feuerball mehr machen. Wir können höchstens noch eine Flammenwand machen. Aber die finde ich jetzt nun sehr, 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 sehr ungünstig. Oh Leute, ich weiß nicht so genau. Das Essen wirkt noch. Wir brauchen es derzeit nicht einnehmen. Das ist jetzt echt schwierig. Was bringt noch Zersetzungsschaden? Wir haben noch die nekrotische Lanze. Das wäre immerhin noch hilfreich. Hm. Können wir schon. Na. Ja. Die Falle ist zumindest ausgelöst. Sehr gut. Okay, dann geht mal ran an die Gespenster jetzt hier. Mutig voran. Ja. Leider hat Zauu auch ein bisschen was abgekriegt. Aber damit kommt er klar. So, die sind immerhin schon mal verletzt. Das ist ganz erfreulich. Itomag versucht sich da auch durchzuarbeiten. Wir werden mal hier in den Fernkampf gehen. Hm. Und bei Walli machen wir mal wieder ein Geisterschild. Wie passend. Hat eigentlich eh der noch... Oh ja, der hat immer noch sein Geisterschwert. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Nummer 1 haben wir erledigt. Das ist doch irgendwie ganz cool. Na, obwohl... Die zaubern von hierhin wahrscheinlich fiese Dinge. Ich hatte mich schon gefreut, dass sie nicht nach vorne kommen. So. Eine Mann auf den dort. Ach, hier ist auch noch einer. Ne, das ist der... Und der nächste kommt. Dann geht da mal... Der gute Zahua ran. Du gehst ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht, was du hier suchst. Du gehst auch zurück. Aha, tot. Und einen Arkan. Arkanangriff hier rein. Ah, diese Schatten. Ist der jetzt nach hinten gekommen? Man sieht echt nicht durch, wo die jetzt auftauchen. Da. Uh. Hm. So, wollen wir vielleicht mal auf Konzelhauts Stab gehen? Und uns direkt in den Nahkampfwagen? Wäre vielleicht mal ein Versuch wert gegen den Bittergeist hier. So, das sieht aber jetzt schon ganz anständig aus. Hups. Was macht denn Eder hier? Die haben den da wieder hergebeamt. Ach, du Schreck. Ich wunderte mich schon. Na toll. Der kommt, glaube ich, hier nicht so richtig mit klar. Oh Gott, der sieht ja schon ganz erbärmlich aus. Da braucht Hilfe. Wir müssen jetzt hier hineilen. Die drei kommen da hinten hoffentlich klar. Der arme Eder. Haben wir ihn völlig. Oh ja. Der ist schon tot. Prima. Dann hilft Wally jetzt auch. Und die Teufeln. So. Der halt noch ein bisschen durch. Hilfe ist nah. Kommt. Ihr schafft das. So. Prima. Das ging ja. Ach nee. Von wegen prima. Die hat sich da nur wieder weggebeamt. Die machen auch Heilung. Hm. Die sind sowas von unangenehm. Das hat sich schon wieder alle möglichen Leute gelähmt. Aber sie ist hin. Jetzt dem Tode nahe. Komm. Puh. Oha. Das hat hier nochmal ganz schön viel Ausdauer gekostet. Aber wir haben es geschafft. Etwas besser als das letzte Mal. Aber auch nur etwas. Sie sehen schon wieder sehr 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 angeschlagen aus. Gott sei Dank haben wir aber Rastvorräte bekommen. Ist hier noch was einzusammeln? Ja. Okay liebe Freunde. Das haben wir erstmal überstanden. Das ist doch hier ziemlich heftig. Was uns hier entgegen geschickt wird. Wir werden jetzt noch diesen letzten Rest erkunden. Und dann hier den Loren Tunnel benutzen. Mal gucken. Ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Oder ob wieder Gespenster sich uns in den Weg stellen. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinball. Bis dann. Vielen Dank.